Hallo liebe Zuschauer, die WHO hat im Jahr 2015 rotes Fleisch als potenziell und verarbeitetes Fleisch als sicher krebserregend eingestuft. Warum rede ich jetzt 5 Jahre später drüber? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass diese Ankündigung damals heftige Diskussionen ausgelöst hat, aber wir haben in den letzten Jahren nicht mehr von der Sache gehört. Warum ist es so eingeschlafen? Wenn rotes Fleisch wirklich krebserregend ist, warum wird das Volk nicht darüber ausführlich informiert? Und was wissen wir 5 Jahre nach der Veröffentlichung der berühmten IARC-Pressemitteilung? Die International Agency for Research on Cancer ist eine spezielle Agentur der WHO, die sich mit Krebsforschung beschäftigt. Im Oktober 2015 haben sich 22 Experten aus 10 Ländern getroffen. Sie haben mögliche Zusammenhänge zwischen dem Konsum von roten Fleisch und Krebskrankheiten untersucht. Als Ergebnis kam raus, dass verarbeitetes Fleisch sicher krebserregend, rotes Fleisch möglicherweise krebserregend wäre. Sie haben außerdem festgestellt, dass das Krebsrisiko nach Konsum von je 50 Gramm verarbeitetem Fleisch pro Tag um 18% steigen würde. Was bedeutet das? Wir reden hier über eine 18%ige Steigerung des relativen Risikos. Das ist nicht mit einer absoluten Risikosteigerung zu verwechseln. Das würde bedeuten, dass es insgesamt 18% mehr Krebskrankheiten entstehen würden. In diesem konkreten Beispiel heißt es aber, dass das bereits vorhandene Risiko um 18% steigt. Anstatt 60 Darmkrebsfälle pro 100.000 Einwohner in Deutschland würden wir durch diese Risikoerhöhung 71 Fälle haben. Das ist natürlich sehr viel, aber vielleicht nicht das, was man als erstes denkt, wenn man über eine 18%ige Risikosteigerung hört. Es ist aber immerhin ziemlich viel und die Aufregung war dementsprechend richtig groß. Sowohl die Fachpresse als auch die Laienpresse brachten reißerische Schlagzeilen. Manche Wissenschaftler und Fachgesellschaften waren richtig empört. Viele wollten die ganze Arbeit durchlesen, diese war aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung noch nicht fertig. Das komplette Monograf erschien erst im März 2018. Die IARC stand im Jahr 2015 unter enormem Druck. Man kann solche Behauptungen nicht einfach veröffentlichen und dann still bleiben. Sie haben deswegen versucht, die wichtigsten Fragen in einer Q&A zu beantworten und damit die Zeit bis zur Veröffentlichung der kompletten Studie zu überbrücken. Viele wollten zum Beispiel wissen, was genau die Einstufung von rotem Fleisch in der Gruppe 2R bedeutet. Die IARC beantwortete diese Frage so. Diese Einstufung wurde anhand begrenzter Nachweise aus epidemiologischen Studien festgelegt. Die begrenzte Erwärtslage bedeutet, dass zwar ein Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Krebs beobachtet wurde, andere möglichen Erklärungen konnten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Evidenz ist also ziemlich schwach. Was ist aber mit verarbeitetem Fleisch? In der Kategorie 1 findet man solche Karzinogene wie Tabak und Plutonium. Das hat natürlich vor allem die Laienpresse aufgeblasen. Nur weil verarbeitetes Fleisch in dieser Kategorie landete, heißt es noch lange nicht, dass Fleisch so ungesund wäre wie Rauchen. Diese Einordnung bedeutet nur, dass es stichhaltige Belege dafür gibt, dass verarbeitetes Fleisch Krebs verursachen kann. Man wollte natürlich wissen, ob jedes Fleisch gleich schlecht ist. Ist ein Steak vom Biorin besser, schlechter oder gleichwertig einem Steak aus Massentierhaltung? Was ist mit der gewählten Zubereitungsmethode? Ist gegrillt schlimmer als in der Pfanne gebraten oder gekocht? Das wäre schon wichtig klarzustellen, oder? Das wurde leider nicht untersucht. Diese Fragen können nicht beantwortet werden. Wir wissen immerhin, dass zum Beispiel Grillen zur Entstehung von mehr Karzinogenen führt als Paten mit niedrigen Temperaturen und ohne offene Flamme. Krebs ist auch nicht gleich Krebs. Die Experten fanden die stärkste, aber immer noch limitierte Zusammenhänge zwischen Fleisch- und Darmkrebs. Es wurden außerdem Prostatakrebs und Bauchspeicherdrüsenkrebs erwähnt, aber die Evidenzlage bezüglich dieser Krebsarten ist noch schlechter. Es gibt hier noch einige interessante Fragen und Antworten, ich möchte aber nicht alles einfach vorlesen. Wenn ihr mehr wissen wollt, werde ich die Q&A unten verlinken. Was ist aber nach dieser Veröffentlichung passiert? Ich denke, die meisten von uns haben es einfach abgehakt. Ja, neustens macht alle sowieso Krebs. Manche haben sich aber darüber richtig aufgeregt, wie zum Beispiel Anhänger der Paleo-Community. Im Gegensatz zu dieser Gruppe feierten die Veganer je das Wort. Andere, wie die immer besser wissenden Redakteure des Zentrums der Gesundheit, wussten das natürlich schon lange. Sie wussten natürlich auch dieses Mal mehr als die Wissenschaftler und schrieben, es gibt somit ausreichend überzeugende Argumente dafür, den Fleischkonsum grundsätzlich sehr einzuschränken. Natürlich ist es nicht so, dass ein hin und wieder verzehrtes Stück rotes Fleisch oder eine daraus hergestellte Wurst gleich ein Krebsgeschehen oder eine Fettleber im Körper auslöst. Hier macht es aber die Menge des Fleischwärts her, denn es gilt als bewiesen, dass das Krankheitsrisiko mit zunehmendem Fleisch- und Wurstkonsum erheblich ansteigt. Wir werden noch sehen, wie überzeugend die Argumente sind. Ob die Risikosteigerung von 60 auf 71 Krebsfälle pro 100.000 Einwohner wirklich als erheblich zu bezeichnen ist, ich finde das ein bisschen übertrieben. Also abgesehen von einzelnen Ernährungsreligionen, die diese Studie als Beweis ihrer Überlegenheit missbrauchten, hatte sich niemand ernsthaft dafür interessiert. Bis zur Veröffentlichung der endgültigen Fassung im Jahr 2018 haben viele diese ganze Sache komplett vergessen, trotz Schlagzeilen und trotz wiederholten Warnungen der WHO. Es wurde auch nicht wesentlich weniger rotes Fleisch konsumiert. Die kleine Absenkung ist mit anderen Trends wie zum Beispiel Vegetarianismus und Veganismus zu erklären. Die Geschichte hat aber vor kurzem neuen Schwung aufgenommen. Im Oktober 2019 erschien eine andere Studie, die Fleisch weiterhin als ungefährlich einstufte. Diese Studie hat eine noch größere Fälle an kontroversen Artikeln und Meinungen ausgelöst. Sie haben praktisch empfohlen, den aktuellen Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch unverändert fortzusetzen. Diese Empfehlung stützt sich auf eine schlechte und sichere Evidenzlage. Ich finde diese Empfehlung unwissenschaftlich und unverantwortlich. Ich bin mit dieser Meinung zum Glück nicht allein. Einige Kollegen haben die größten Probleme mit dieser Studie gut zusammengefasst. Diese Empfehlungen widersprechen ihren eigenen Ergebnissen. Die Gruppe NatriRex hatte fünf Studien veröffentlicht. Drei davon haben den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit bestätigt. Die Tatsache, dass eine solche Publikation in einer der größten medizinischen Zeitschriften veröffentlicht werden kann, ist unglücklich. Diese Empfehlungen sind potenziell gefährlich für die eigene und Volksgesundheit sowie für die Gesundheit unseres Planeten. Solche Veröffentlichungen zerstören außerdem die Reputation der gesamten Ernährungswissenschaften. Dieser Artikel, veröffentlicht im Zeitschrift der norwegischen Medical Association, weist auf methodische Fehler hin. Sie sagen, dass die NatriRex-Studien ihre Evidenz mit falschen Methoden graduiert haben. Das Crate-System wurde ursprünglich nicht zur Bewertung von Beobachtungsstudien entwickelt und sollte nicht ohne Korrektur angewendet werden. Das würde nämlich heißen, dass man nie eine starke Evidenz haben könnte, da wir manches nicht durch randomisierte Studien prüfen können. Um eine gute Evidenzstärke laut Crate zu erreichen, müssten wir zum Beispiel extrem Alkoholkonsum und Rauchen randomisiert untersuchen. So was kann man aus offensichtlichen Gründen nicht machen. Wenn man dieselbe Evidenz korrekt graduiert, sieht man eine moderate bis starke Korrelation zwischen Konsum von rotem Fleisch und Krankheit. Die Kollegen bei NatriRex haben das nicht getan, sie haben dadurch keinen starken Zusammenhang gesehen und haben die vorbekannte Evidenz deswegen als nicht ausreichend angesehen. Herr Bradley Johnston, der Leiter des NatriRex-Teams, hatte das auch im Interview mit The Guardian bestätigt. In anderen, schwachen Studien mit Millionen von Menschen, damit meinte er die vorhin erwähnten Beobachtungsstudien, haben sie eine kleine Senkung des Risikos unter wenigem Fleischkonsum gesehen, aber die Evidenz war schwach bis zu sehr schwach. Das ist zwangsläufig so, wenn man die falsche Methodik verwendet. Gucken wir aber die anderen Absätze hier an. Sie haben nicht nur Beobachtungsstudien untersucht, sondern auch randomisierte Studien mit 54.000 Teilnehmern. Wenn ihr mir folgt, weißt ihr schon Bescheid, dass diese Studien vom Studiendesign her besser sind als Beobachtungsstudien. 54.000 Teilnehmer sind auch repräsentativ genug, um relevante Konsequenzen zu ziehen. Professor Willit Walter meinte, dass die Teilnehmer zu jung und zu gesund gewesen seien und man könne die negativen Auswirkungen nicht in der begrenzten Überwachungszeit der Studie feststellen. Ich kann seinen Punkt gut nachvollziehen. Lass uns einfach eine Studie machen, in der wir 18-jährigen Menschen zwei Jahre lang viel Alkohol und Zigaretten geben. In den zwei Jahren werden wir nicht viel sehen. Die Probleme kommen erst viel später. Beobachtungsstudien können das deutlich besser erfassen. Randomisierte Studien können sowas einfach nicht. Der Professor wurde in dem Artikel laut eigener Meinung diskreditiert, da sie ihn initial als vegan bezeichneten. Er empfiehlt aber keine vegane, sondern eine pflanzenbasierte Ernährung. Das, was er sagt, ist legitim und sollte nicht mit veganer Propaganda verwechselt werden. Also wie ihr seht, es ist ziemlich schwer hier den Überblick zu behalten. Ich denke, dieses Hin und Her wird noch eine Weile gehen. Ja, die WHO hatte damals im Jahr 2015 zu eilig gehandelt und die Ergebnisse der IARC-Studie nicht auf die richtige Weise präsentiert. Drei Jahre zwischen der Erstveröffentlichung und Publikation der fertigen Studie zu so einem kontroversen Thema ist nett ausgedrückt unglücklich. Das diskreditiert aber die Ergebnisse nicht. Die neue Veröffentlichung der Nutri-Rex-Gruppe ist nicht sehr überzeugend und entschärft die WHO-Warnung vor fünf Jahren überhaupt nicht. Wenn ihr also hören würdet, dass man jetzt keine Angst mehr vor verarbeiteten Fleischprodukten, rotem Fleisch, haben sollte, bleibt noch ein bisschen kritisch. Das letzte Wort zu diesem Thema wurde noch nicht gesprochen. Ich würde vorschlagen, dass wir das Thema ganz pragmatisch angehen. Lasst uns eine Liste machen pro und contra rotes Fleisch und Fleischprodukte. Es spricht gute, wobei nicht absolut sichere Evidenz dafür, dass diese Produkte das Krebsrisiko erhöhen. Es gibt ausreichende Evidenz für ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes durch Fleischkonsum, moralische Überlegungen, Probleme der Massentierhaltung, Krankheiten, Antibiotika-Ressourcen und Klimawandel. Was spricht für den Konsum? Zum einen, es schmeckt gut, das ist aber Geschmackssache. Zum anderen, rotes Fleisch gehört auch zu einem ausgewogenen Ernährungsplan. Es beinhaltet ja nicht nur karzinogene, sondern auch wichtige Nährstoffe, die am besten so konsumiert und nicht substituiert werden sollten. Ich möchte niemanden überzeugen, es wäre aber vielleicht sinnvoll, ein bisschen nachzudenken. Die wichtigste Botschaft des Videos kurz zusammengefasst. Man sollte den Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch in Anbetracht medizinischer, ökologischer und eventuell moralischer Gründe reduzieren, aber ein Steak ab und zu mal birgt keine relevante Gesundheitsrisiken. Es ist als Teil einer ausgewogenen Ernährung sogar zu empfehlen. Es gibt keine ausreichende Evidenz dafür, dass eine strikt vegetarische oder vegane Lebensweise gesundheitliche Vorteile bringen würde. Geflügelfleisch und Fisch sind medizinisch gesehen unbedenklich. Was haltet ihr von der Sache? Das Thema ist so kontrovers, man könnte bestimmt lange drüber reden. Ich freue mich über sinnvolle Diskussionen und wir sehen uns bald wieder.